was geht hat man sich weiter und heute gibt es sammels die ich in den letzten zahlen rausgehauen habe denn in den streams habe ich gerne mal sammels raus wenn ich da auf den fufi kommt also auch vermutlich samm und das mache ich wie gesagt gerne in den streams in den letzten tagen ist es sehr oft und häufig passiert auf der japanische versur von dhocamil dort wo wir zwei mal platz eins haben dort bis zu 103 sonst bekommen battlefeed war online extrem war online dementsprechend wollte ich mir sagen ja warum nicht hau ich das der ganze mal als sammeln highlight so raus für euch diejenigen das verpasst haben falls die streams reingucken wollen wie gesagt das passiert ab und zu mal spontan der streamplan ist in der beschreibung wird jeden montag in der woche aktualisiert könnt ihr gerne abschicken ist auch auf die scott und twitch alle links sind dementsprechend beschreibung freunde wünsche euch jetzt aber schon mal auf jeden fall ein frohes neues jahr einen guten rutsch und vielen lieben dank für den ganzen support vor allem in den letzten tagen der wirklich übertrieben und überragend stark war der menschliche freunde ein dickes dankeschön und viel spaß bei dem sammeln soviel zum easy wir hätten somit alles bekommen wir haben ja auch zu uns etc heißt wir können jetzt wie gesagt multi noch raus und das machen wir auch nicht noch wir wollten gut zusammen wollte glaube ich jemand wir haben zwei multis ich würde sagen macht euch mal bereit dann machen wir im kostenlosen multi den groups haben egal welche spielfreunde egal wo ich zuguck sei es tut oder youtube jetzt wenn ihr bock hat macht mit ihr wisst ihr das ganze leute 10 das ging gleich runter 31 ich hier sind wir beim zeiten multi wir werden hier machen weil sie sind bei dritten multi dann haben wir eben noch den vierten wie gesagt haha jetzt bin ich auch gespannt jetzt bin ich auch gespannt ich war bloß hier haben wir schon bloß hier haben wir schon den hätte ich liebend gerne bitte den jetzt liebend gerne weil wir haben gerade so die säe gemacht und erwecken könnten das umso geiler aber dafür brauchen wir die richtigen wir brauchen die pose kamer an weil wir wollen den agl jetzt kommen mal an junge kommen mal ran ganze ich habe gerade tschüss ich habe ich sehe keine sonst aber wir haben eine kostenlose jetzt heute flüge und macht für die kostenlose cosplay hat sie kostenlose wieder auspacken so wie die sagt im anderen aber ja ich mein mein gott das haben wir heute morgen schon gemacht heute mittag aber hey wir haben gesehen die magie der cosplay ist wenn du was bringt dann auch für den agl brodie warum nicht macht euch bereit ne für den group boom jahre brodie also freund ich zähle gleich runter ich hoffe ihr seid bereit könnt mich gerne gerne wissen lassen im chat oder die cosplays machen es aus wir haben einen druck an exklusiven charakter aber leider sind hier viele druck an exklusive hat der agl ist nicht nur kann exklusiv kann trotzdem sein dass sie ihn ziehen aber janembers so kann exklusiv super c3 brodys so kann exklusiv strength brodie und der physisch brodie vielleicht noch 1 2 mehr aber mein gott aus dem 4 lohnt sich legit nur physisch brodie egal wir hatten mal den ball flach lasst mich auch wie gesagt wissen im groups haben wenn ich was geist gezogen habe in den kommentaren sei es auf twitter oder instagram alle links der beschreibung konnte ich zähle unter 3 3 2 1 boom oh kriegen wir david stream trick noch drauf bye guys farewell kakaroto kriegen wir nicht kriegen wir nicht also wenn brodie wieder kommt der physische dann haben wir halt einen verdammten dupe so wisst ihr was ich meine aber das sind die dreams was denkt ihr welche von den druck an exklusiv wird es sein ich habe irgendwie strenger nebenbei gefühlen was denkt ihr seid ehrlich so ist der blöde sagt einer ach der hatte recht der hatte recht und genau das ist es wer hat hier im banner ich nicht zu suchen der hat im banner legten nichts zu suchen verstehe was ich meine der eigentlich im banner nicht zu suchen jetzt haben wir einfach gezogen weil der der ist nicht in movieboss ist der ist nicht in full power oh ja okay wir haben parrus immerhin einen der neuen charaktere ok den nehmen wir an master cave lieben lang für sondern aber wir haben herausgefunden der ist auch nicht in movieboss ist oder full power oh ich dachte gerade der sah ein bisschen zu breit aus ich dachte gerade Freunde was geht ich würde sagen komm wir haben hier noch nämlich das wollte ich euch zeigen ich wollte das nicht so offline machen gleich mal ich habe hier noch im dritten multi und dann haben wir noch einen kostenlosen und danach können wir drei drucken jetzt machen wisst ihr was ich meine medaillen fahren oder so es wird nicht so lange gehen sag ich mal wie gesagt ist echt spontan aber nämlich einfach mal sagen wir legen auch einfach mal los weil wisst ihr das Freunde der der ist es wisst ihr was ich meine der ist es Freunde alter ack aus dem blazing freemult ist habe ich nur dead multi bekommen gestern und heute haben wir auch bitte der ist es freunde gott wie geht da wenn der kommt bitte oh meiau u-bahnpilot ihm lag für die 35 bits was gedacht hashtag chef hör auf hey hör auf ok da ist die crew am start du wirst halt legit nicht was die crew will aber ja hier geht es mal besser ganz gut wie jetzt hier ach du was los heute ähm heute im video habe ich den zeiten machen können habt ihr das gesehen beim goetha showcase und da kann einfach super goetha yo Freunde genau das genau deswegen sind wir nachts da Asuri Asuri Ich sag was Asuri Soll ich kurz ins stream anschmeißen bist du am Start in der Nacht in der nacht schicht mein homeboy mein mate komm mach 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 genau dies Ziel erreicht Freunde Legit Ziel erreicht. GG. Luck bei Nacht. Wieso? Lieder 4, 51. Ich call Gott, Vegeta, ma boy. Ich call Gott, Vegeta, ma boy. Kleiner als 3. Hast schon richtig gecallt, mein Freund. Hast schon absolut richtig gecallt. Ja, perfekt. Perfekt. Heute ist... Baby. Oh! Nein! Nein! Heute ist ein guter Tag. Oh mein Gott. Was? Was? Einfach ein Dupe. Einfach ein Dupe. Was? Heute ist ein guter Tag, Freunde. Heute ist ein guter Tag. Heute bist du auch immer ein guter Tag. Weil ich hab letztens im Stream gesagt, wenn LR Super 103 Gucko auf seine SA kommt, auf seine Super Attack, Ultra Super Attack, dann ist schon ein guter Tag, Freunde. Genau das. Genau das. Oh mein Gott. Was? Bei Nacht einfach. Seit mein Stream ist du gerade eingeschaltet, um ehrlich zu sein. Das sind 4 S ist eher. Krass. Jetzt noch Free Mutti. Let's go. Jetzt noch Free Mutti, legit. 3.28 AM. So, Freunde. Nachts. Kurz, wenn ich hier gegrindet. Ich war einfach so... Bei Nacht. You know this. AGL Broly wollen wir noch. AGL Broly wollen wir noch haben, auf jeden Fall. Ob es klappt? You know that I'm on my ride. In the night, in the night, in the night. In the night. Oh. Oh. Hade. Hade. Oder was? Hade. Hade. So, Freunde. Wisst ihr, was das geilste ist? Am Wochenende aufstehen. Nachdem man ausgeschlafen hat. Man sieht's. In JP sich einloggt. Doktor wieder Platz 1 ist. Innerhalb von... 2-3 Tagen. Und dann... Es dafür... 100 Dragonstones gibt, Freunde. 100 Dragonstones. Das sind einfach 2 Multis. Und... Bis zu 3081 Orbs. Genau das, Freunde. Weil so... Celebration es geht halt komplett alles. Und mit diesen 2 Multis... Kann man dann eben noch den Free Multi mitnehmen. So jetzt, Freunde. Der AGL Broly. Ich bin hier nämlich... Ich kam die Tage wieder auf den Multi. Aber... Ich bin jetzt im 2. Und durch die 2 Multis... Kommen wir quasi noch den 3. Free. Also wir haben noch 3 Multis für heute, Freunde. 3 schöne Multis. Am Wochenende. Verpeilter Morgen. Sorry dafür, aber ich muss einfach... Zack. Einfach aufgestanden. Ah, Super Saiyan 3. Aufgestanden und dann... Die 100 Stones, den wir auf jeden Fall danken. Und dann... Und hoffentlich erzählt das Ganze genauso auf Global. Also wirklich. Shoutout an JP. Innerhalb von ein paar Tagen auf Platz 1 wieder gewesen. Und... Dafür 100 Dragonstones rauszuholen. Krass. Also das ist richtig krass. Aber... Das Ding ist ja... Auch wenn wir hier gut rausgekommen sind bis jetzt... Mit 3 Dragonstones will man was ziehen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Und keine Dead Multis. Also... Auch wenn es 3 Multis sind... So Dead Multis tun trotzdem. Wisst ihr was ich meine? Also Freunde. An der Stelle natürlich jeden viel Glück hier. Ich habe auch keine Ahnung, ob ihr das sehen werdet. Ob ihr das raushauen werdet oder so. Ich rede einfach mal so, als würde ich das raushauen. Und... Let's go. Let's go, würde ich sagen. Oh, wow, wow, wow. Fusion. Ah, ich dachte, er würde sich fusionieren. Dachte ich. Let's go. Ganz ehrlich, auch filmisch gesehen, wenn ich... Oder... Was mir wünschen würde, wäre wirklich der AGL Broly. Ganz ehrlich, der ist übertrieben gut mit seinen E-Serie direkt. Den hätte ich lieben gern. Hoffentlich reißen es die 3 Multis. Komm mit sie. Komm mit sie, JP. Komm mit sie. Ah, aber es sieht nicht gut aus. Nein, auf einmal. Nein, auf. Nein. Dein Ernst? Dein Ernst? Broly? Paragos, schick mal deinen Sohn zu mir. Das ist doch nicht dein Ernst grad, bitte. Wenn man zwei schöne 3 Multis bekommt und die dead sind. Paragos, schick mir jetzt deinen Sohn. Paragos, schick mir deinen Sohn. Oh mein Gott, wenn man schöne 3 Multis bekommt und dann nichts sieht, das ist halt die Hölle. Oh, es ist ein Doka-Nexklusiver. Aber eigentlich wollen wir den Featured. Also, wir haben einen Doka-Nexklusiven, okay? Das ist schon mal geil. Aber wie sagt es, hier sind viele Doka-Nexklusive, die man eigentlich nicht unbedingt haben müsste. Aber wenn es ein Broly ist, dann ist es halt Eskalation. Ah, den AGL-Broly, Paragos. Schick mir den AGL. Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Fake-Out. Schick mir den AGL-Broly. Den AGL-Broly. AGL. Oh, Fake-Out! Oh, wo ist das? German! German, was? Ich hab die... Oh mein Gott, Paragos, danke für diesen Broly, aber ich wollte eigentlich den AGL-Broly. Aber nein, 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 natürlich, ich brauche nur Spaß und da mecke ich überhaupt nicht. Das ist ein verdammter Broly-Duke. Ein verdammter Dupe für Broly. Let's go! Oh mein Gott, Paragos! Ich hab die ganze Einhäuser! Ich hab die ganze Zeit, wenn es fertig ist. Ich hab die ganze Ecke die ganze Zeit. Das ist was für die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020